Als nächster Berichterstatter ist der Stadthauskommunzialer Gunter May auf Antwort. Bitte Gunter. Geschätztes Präsidium, meine sehr geehrten Damen und Herren. Mein Antrag, nachdem die Kultur ja Corona-bedingt etwas im Ruhestand ist, darf ich über den Reinhalteverband berichten. Der ist natürlich trotz der Krise voll im Einsatz. Hier geht es um den Mitgliedsbeitrag, den die Stadt Steyr dazu leisten muss. Es sind nicht nur Betriebskosten, es sind auch Investitionskosten. Insgesamt 2019 von 2.621.520,64. Abzüglich der Erkontenzahlung ist nun eine Restzahlung in Höhe von 942.720,64. Dieser Betrag ist exklusive Mehrwertsteuer. Ich ersuche ihm Zustimmung. Ein stolzer Betrag für den Umweltschutz. Ist jemand gegen diesen Antrag? Demenst du in Enthaltung? Das ist nicht der Fall. Somit wird unser, dein Antrag einstimmig angenommen. Ich bedanke mich und als nächster...